es ist auch ganz ganz wichtig auf der seite können wir als jederzeit foto schießen von dem was wir sehen und wir können video weil es da wird es ein bisschen dicker da ist der helligkeitsregler und dann vorne haben wir dimmbare leds außenrum und jetzt sehen wir genau was auch nur als beispiel jetzt im motorraum da bleibt man so bleibt man so und jetzt sieht man glaube ich genau wie gut dieses wollte eigentlich nur zeigen wie perfekte das funktioniert zwei m